Ich will endlich was finden hier! Stinkrotz! Was ist denn das? Stinkrotz, langweilig! So, da sind Pfeile und Steine dahinter. Eine Straße, die im Wald ist ran und lang führt. Da bin ich bestimmt nicht. Das wäre auf der falschen Seite von mir. Hä? Oh geil! Wollt ihr mich verarschen? Komm schon, bitte funkt! Wuhuuu! Nö, 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 nö. So Leute, ich hab meine erste Karre. Aber wenn ich sie nicht schnell fährt... Wirklich nicht schnell. Da bin ich auch sehr begeistert von... Die ist ja langsamer als ein Beamter, ey. Und die denken schon im Schneckentempo. Gott, bergauf. Oooooooohhhhhh! Folter! Oh, scheiße! Äh, lol! Das ist ja schon wieder ne Karre! Was soll denn das für ein Schmarrn? Was soll denn das für ein Schmarrn? Ist hier irgendwo was? Alice Pack ist da drin. Ah, das Ding ist voll im Arsch. Äh, ist da was drin, ne? Ein Markerhof. Na lol. Aber wo eine Muni. Das Ding ist voll im Arsch. Ah, die scheiß Wheels halt, ne? Ja, super. Jetzt mach ich mein Afurpark auf, ey. Jaaa, gleich mal mit 17 kmh los. 18 kmh, 19. Oh Gott, ich werde ja immer schneller. 20, 21, uh. Aber ich soll vielleicht auf diesem Feldweg bleiben. Finde ich da zwei Karren, ey. Scheiße, dass ich allein bin. Jetzt muss ich das ganze Zeug reparieren erstmal. Und aufstocken den Tank. So, wo wir es hin jetzt dann? Ist mich bestimmt hier. Jaaa, sicher. Genau da bin ich. Ich bin zwar voll falsch gelaufen, aber egal. Liegen wir einfach mal rechts ab. Dürfte ja irgendwo Grishino sein. Und ich glaube, da gibt es ja auch eine Tankstelle. Dann werde ich da irgendwo auch... ...MT-Zinn-Kern finden oder so. Warum... Jagdstand! 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 Scheiß voll daneben. Ah, Pfeffer. Ja? Noch mehr Zombies? Keine. Okay. Eine Wasserflasche? Was haben wir denn da? Karte? CZ? Nein, auch nicht leer oder was. Nein, scheiße. Wieder nur Crab. Aber wir haben zwei Autos gefunden. Das ist ja mal was Geileser. Okay. Ich hoffe mal, ich fahre in die richtige Richtung. Ich würde mich soo ärgern, wenn das... Ich glaube, der Tank macht es nicht mehr lang. Ich bin so schnell. Scheiße, schaffe ich das um die Kurve? Ich werde schwer. Oh oh. Oh oh. Scheiße. Nein! Ja, okay. Perfekt war das auch nicht. Ich cruise hier immerhin mit 26 kmh durch die Gegend. Und das leicht bergab. Oh Scheiße, mach mal ein bisschen schneller. Boah, geil! Eine Hupe! Ein Hase. Scheiße, jetzt hätte sie fast einen Hasen überfahren. Oh, da können wir noch mehr Gas geben, ey. Ein bisschen Kraft schaffe ich es nicht. 34, ey. Leck mich fett. Der Tank ist fast leer. Die scheiß Tankstelle. Er muss irgendwo eine Tankstelle, oder so? Ich befehle es. Scheiße. Hör auf! Oh shit! Zumindest blut ich nicht. Alter! Was geht denn ab? Ich hab mir schon mehr erhofft. Okay. Da ist die Tanke. Aber scheiße. Okay. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Was haben wir da? E-Pack? Eine Uhr? Ne, uninteressant. Ja, ok. Was kann ich da mitmachen? 424. 7. 8. 7. 10. 16. 16. 16. 16. 17. 17. 17. Scheiße, wo muss ich denn lang? Die Straße müsste ja komplett durchgehen. Ich bin ja von da gekommen, also müsste ich eigentlich da lang. Da lang. Auf, auf und auf fahren. So. Ja. Bis zum nächsten Mal.